Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together mit Asraita. Ja, hallo, recht herzlich willkommen und ich grüße den Knolle und die Zuschauer. Ja, hallo und wir sind hier mal noch auf dem Damakash-Server bei der Kathedrale. Genau und da wollen wir weiter dran arbeiten. Genau, letztes Mal war das Treppentutorial. Genau, wo man mir erklärt hat wie das hier alles geht. Ja, ich... So und jetzt buddel ich erstmal weiter, weil wir keine Steine haben. Beziehungsweise ich habe keinen Ofen gefunden, weil du den abgebaut hast. Ich weiß nicht, ob da noch was drin war. Nein, da war nichts drin, glaube ich. Ich kann die aber auch mal hier irgendwie... ...hier vor den Katakomben setze ich die mal. Zup, zup, zup. Ich brauche da mal Eisen rein, ja. Ich habe aber noch Steine. Okay. Aber ich weiß nicht, wie du das haben möchtest, deswegen. Ja, ich brauche diese Vierersteine oder was willst du? Ja, hab ich schon. Schon, also ein paar. Okay, aber ich baue gerade hier unten aus ab. Ganz eher einsam... Ah, da komme ich nicht dran, da muss ich weiter laufen. Kannst du die Fackeln demnächst auf die Erde stellen, weil ich... ...tu sie sowieso wieder abreißen. Warte mal, ist kein PvP an, Mann. So, ich denke mal, ich wollte ja den Weg weitermachen. Okay. Ich habe aber schon ganz viele Steine von dir aufgesammelt, die tue ich mal in den Ofen. Ja, das ist ja kein Ding, pack mal schon rein, ich arbeite hier mich vor. Irgendwer muss das schon wegräumen, ne? Mhm. Irgendjemand findet das sowieso. Dann ist das ja eine gute Entscheidung. Und ein Erfolg. So. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann man aber auch rein theoretisch, habe ich nicht hier die Werkbank aufgenommen. Nein, hast du die Werkbank? Oh, da ist noch Kohle. Nee, hier steht die Werkbank. Die Werkbank steht hier noch. Die Werkbank steht hier noch. Notfalls bauen wir noch einen Ofen mehr. Oh, da ist ein Loch, das habe ich jetzt gerade durchgefahren. Was meinst, was ich gerade gemacht habe? Von oben gearbeitet, oder was? Nee, ich habe einen Ofen gemacht. Okay. Hier ist irgendwo noch ein Loch, was ich gerade frei gearbeitet habe. Oh, Wasser, Wasser, Wasser. So, ich dachte schon, dass etwas Schlimmes passiert. Aber nur Wasser. Ah, es war nur Wasser. Oh, leider. Keine Action. Ach, ich hatte schon Sorgen, was jetzt los ist, ey. Ich dachte, ich setze das hier alles unter Wasser, aber es hörte dann doch auf. Gut, dann buddeln wir hier noch ein bisschen weiter. Gucken, wie weit wir kommen. Ah, da ist noch Kohle. Okay, da kommt auch Wasser. Na, komm schon. Ist das Kies? Das Kies können wir da auch einsetzen, oder? Ah. Gut, Wasser wieder weg. Ich bin gerade am gemütlichen Kies abbrauen. Ich sehe hier aber gar nichts. Oh, hier sind Strömungen. Okay. So, nochmal. Wasser. Ich weiß gleich, verlässt mich meine Schaufel. Machen wir Wasser. Aber hält noch ein bisschen. Es ist immer schön, wenn die noch ein bisschen hält. Ja, ich baue immer ab, 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 ab. Ich habe gleich ganz viele Stacks voll Steine, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Mhm. Bisschen hier. Terraform. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen, meine Pick-Axt. Jetzt räume ich noch ein bisschen zusammen. Na, hier geht nicht. Ja, da bin ich hier falsch. Da muss ich dann nochmal dahinter. Gut. Aber ich glaube, ich habe noch eine im Inventar, oder? Ja, genau. Hab ich dir, glaube ich, noch letztens gemacht. Ja. So. Sieht fast aus wie neu. Was? Die Erde, die ich hier gemacht habe. Ach so. Immer in Richtung Stadt. So, ich glaube, jetzt komme ich erstmal raus hier, oder? Toll. Oh. Da sind die Öfen. Wunderbar. Oh, in einem ist Eisen drinne. Mhm. Aber nicht sehr viel war das. Ich habe schon was ausgenommen. Okay. Ich habe jetzt da Steine reingemacht. Und die können da rein. Ich war überhaupt nicht mit dich. Ich sollte vielleicht nächstes Mal abzählen, wenn ich sowas mache. Okay. Eins. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ja. Da muss ich bei acht einsetzen. Oder bei sieben und neun. So. Steine haben wir jetzt erstmal wieder genug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Weiter bauen, oder? Wenn ich mir jetzt nicht erzählt habe, dann müsste es jetzt passen. Kann man eigentlich oben... Sieht sogar sehr mittig aus. Kann man eigentlich oben zwei, so wie so ein Oberlicht machen über der Tür und dann der Tür rein? Geht das? Wie? Hier links. Sind ja diese Eingänge hier. Könnte man oben zwei Glasscheiben machen und unten eine Tür drunter dann? Mhm. Sieht vielleicht noch besser aus, oder? Ja. Oh. Ich glaube... Erstmal Hallo schreiben. Wieso funktioniert mein Haar nicht? Ah. Ah, ich drücke Steuerung. Okay. Ich glaube jetzt ist das passend, oder? Sieht das so aus? Oh, super. Da ist gleich die Tür gewesen. Dann wird ja wieder gut geklappt. Das heißt, die drei müssen schon wieder weg. So. Ähm... Ich mach mal hier drin das Gras weg, ne? Ich glaub das hier ein bisschen doof ist nachher auch. Ja. So, das ist richtig. Dann kommt wieder doppelflügelig, da muss ich mal hier oben erst die Decke weitermachen. ё... Das passt dann auch. Aha. Das war einer zu viel. Und da muss auch noch einer hin. Da. Das ist alles prima. Äh, der ist falsch. Brauchst du irgendwelche Hilfe, oder? Nö, gerade nicht. Genau, jetzt müssen wir noch gerade überlegen, wie kommt der Stein da richtig hin. Sag mal, was hältst du von der Brücke hier? Nur fort. Ich hab jetzt hier ein bisschen ausgeleuchtet. So. Gucken wir mal. Also, rauf geht's, rüber geht's, das ist wunderbar. Das waren die Fackeln. Ach, die Fackeln. Ja. Ja, kann man so machen, ne, oder? Jetzt, jetzt neben dem Weg. So, ist unsere Treppe jetzt hier. Passt auch. Nee, da muss ich das da hin machen. Sieht aber doof aus. Ja. So, eins, zwei, drei, passt. Doch, ist ja, in der Natur ist auch nicht mal alles gerade, ne? Nein. Da muss ich das auch nicht mal alles. Also, perfekt. Da muss ich das auch nicht perfekt. Proportional, nein, proportional nicht. Egal. Keine Ahnung. Religion, sehr gut. Mathe, schwach. Okay. Ne? Und ich meine, das war richtig. Das sitzt gut. Hier muss auch noch einer hin. Nee, warte. Dann muss da einer weg, wo die Fackel ist, ne? Mhm. Wieso? Da muss einer hin, oder? Dann ist das unten anders. Hier unten muss ein Stein verkehrt. Hier auf dieser Seite ist es nicht richtig gebaut, genau. Dieser Stein muss weg und ich glaube, da müssen zwei, hier dieser auch, da müssen zwei Treppenstufen nehmen. Ne? Hast du... Nee, auf dieser Stufe hier muss ein Stein hier hin. Hier muss ein Stein. Und da... Nee, nee, nee. Doch. Auf einer Seite ist es nicht so. Ist doch bis dran. Nee, nee. Das passt so. Wieso muss da die Fackel hin? Wieso muss die Treppe noch halten? Die Fackel kann einen höher, oder? Sonst verbrennt man sich ja, wenn man hier um die Ecke gehen würde. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Stufen, oder? Nee, ich habe keine Stufen. Wie ist denn das da hinten abgebaut? Du machst was da schon, ne? Mhm. Zap. So, wo ist meine Spitzhacke? Da ist meine Spitzhacke. Das passt. Das ist auch okay. Jetzt haben wir das, glaube ich, schon mal zu da, ne? Ja. Eins, zwei, drei Steine da. So. Ich brauche jetzt auf jeden Fall... Oh Gott, habe ich es geschafft. So, jetzt sieht das da schon genauso aus wie da, glaube ich. Dann kommt da ein Fenster hin. Ja. Zap. Und wo ist es? Da ist es. So, das müsste... Das ist gar nicht, wie viel Stein ich noch brauche. Wahrscheinlich reichlich brauche ich mal. Ich meine, wie viele Treppen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ein fünfer Fenster muss da hin. Eins, zwei... Drei, drei, vier, fünf... Ne, sind wir zu weit weg. Gut. Gut. Zupf. Noch mal vier Treppenstufen. Jetzt muss ich noch mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Das heißt, da muss ein Stein hin. Jetzt müsste es symmetrisch sein mit dem anderen Fenster, oder? Jetzt müssen wir nur gucken, wie es aussieht, ne? Ja, oder sieht da so aus? Ich glaube, zwei Steine. So, jetzt habe ich hier die Treppe auch mal zu Ende gemacht, auf der Seite. Jetzt muss ich erst gucken, wie das da aussieht. Aha, das wird noch was mit der Lauferei. Zwei, genau. Und auf der Höhe muss eine Stufe dann drauf. Eins, zwei hoch. Da ist noch einer hoch. Das reicht also nicht. Shit, da bin ich runtergefallen. Gut, das heißt, wir müssen hier mal gerade ein Baugerüst hinmachen, aufs Erde. Ja, schau mal, wenn wir so nicht... Oh, dass wir sie noch da lassen können. Oh, super, falsche Seite runtergefallen, hat ja wieder gut geklappt. Aha, noch mal auf ein neues... Komme ich jetzt nicht hoch, wahrscheinlich? Ich glaube, das ist die Ecke vom Haus. Was ist jetzt passiert? Weiß ich nicht, bei mir ist nichts passiert. Ja, ich weiß auch nicht so ganz normal, war der Stein in meiner Hand nicht mehr, dann war der aber auch nicht dahin gebaut und dann war er wieder in der Hand. Achso, das nennt man dann Legs. Okay, ich glaube, ich habe schon wieder Steine, alle. Muss ich wieder zu den Öfen hin. Und Nachschub holen. Sind aber diesmal ordentlich drin, aber... Gut. Achso, jetzt müsste ich vielleicht erstmal hier rein. Nehmen wir die 64 erstmal. Und dann haben wir sie schon wieder. Und... Auch passend. So. Ups, da fehlen noch... Ich bin mal gerade ein bisschen Erde abbauen. Okay. Hier ist auch noch schön viel Kies. Ich glaube, da musste nur einer hin. Und da drauf muss dann eine Treppenstufe. Und habe ich davor noch was gebaut gehabt? Ich glaube, ja, ne? Da muss ich einmal über die Wand hier gucken, ja. Also, eins, zwei, drei und dann da drunter wieder welche. So, einer, zwei, drei. Und so. Das bedeutet da auch. Zwei. So, das ist die Ecke vom Remorier. Ist das denn so richtig? Ne, ich glaube, jetzt werden wir was vertan. Ich weiß es nicht, ich baue hier Kies ab, ich bin unschuldig. Okay. Es ist immer gut zu wissen, dass man nichts Falsches gemacht hat. Wir joinen immer mehr. Ja. Auch mal Hallo schreiben. Auch mal Hallo schreiben. Wenn ich den nicht kenne. No, jetzt habe ich alles überflutet. Habe ich ja wieder gut hingekriegt. So viel zum Thema unschuldig sein. Okay. Und erstmal die ganze... Jetzt hänge ich hier fest. Gut. Jetzt geht's. Hier ging der Chat nochmal an. T oder Enter, oder? Ah, da oben muss ich auch noch rankommen. Ich weiß ja nicht, wie du es eingestellt hast. T. T, Enter. Bei mir ist es Enter, weil Enter braucht man sonst wie sonst. Sonst wie eh nichts. So. Ne, Kies kann ich ja da nicht nehmen, ne? Ich baue gerade Kies ab, so ungefähr, und dann benutze ich den Kies, den ich abgebeut habe, nochmal zum Stau machen. Ich glaube, ich muss noch mal was essen, sehe ich gerade. Da wackelt's schon. Da wackelt's schon. Oh, bei der Essen ist lastig. Genau. Na, da komme ich so nicht hin. Der ist schon wieder verkehrt gelaufen hier. Ja, aber ich sehe auch was anderes. Ja, die Zeit ist langsam. Die rennt schon wieder, ne? Also, die ist nicht langsam, sondern die rennt. Ja. So, jetzt da, so. Eigentlich habe ich gerade Gefallen gefunden, hier Sonnabteil abzuhauen. So. Was war das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hat wieder gut geklappt. Wieder ein Stein zu fiel. Da habe ich natürlich nicht gerechnet. Oh, ich bin doof. Echt? Mhm. Wahrscheinlich keine neue Erkenntnis. So, der muss noch weg. Und dann ist der erste Baum hier auch schon im Weg, der muss auch noch weg. Aber den mache ich mir gerade hier zum... Hilfs-Stein. Ich kletter da mal gerade drauf. So, jetzt muss ich nur gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, da muss noch was drauf. So, passt. War erstmal. Na? Gut. Okay. Ich habe jetzt einiges gebaut. Oder wir haben jetzt einiges gebaut. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, oder? Ja, ähm, ich komme gleich nochmal gerade zurück. Zur Kathedrale. Ich wollte jetzt hier nur noch gerade den letzten Rest sozusagen fertig machen. Also fertig ist es nicht ansatzweise, aber... Ja. Aber es ist schon einiges. Ist es gar nicht so schwer, wenn man sich das vermeuert direkt? Von Entfernung sieht man das schon? Na, also ich weiß nicht so weit weg. Ich dachte, das wird weiter. Aber wir können jetzt ja... Oh. Da müssen wir irgendwie erstmal was hinmachen, damit wir da so rüberkommen. Können wir hier vorne die Folge beenden. Ja, denke ich auch. F5 im Sonnenstrahl. Wo ist denn die Sonne? Hinter uns. Ach, hinter uns. Ja, okay. Dann würde ich sagen... Erst herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... ...wenn ihr das nächste Mal... ...auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.